Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Halo 3 mit mir eurem SoPlayPaintball und unserem alias fetten KevinTicker1 Junge. Ach komm, ich guck dir zu, ich guck dir zu, ich guck dir zu, ich guck dir zu. Ja, guck mir ruhig zu. Der Cheater. Ja, du musst dir, einen musst du einfach den Paschel rufen, ne? Der Cheater on the Walks, Junge. Der Cheater on the Walks. Fuck, ich weiß, ne, gut, ich geh durch den Fahrstuhl, da wurde ich zerquetscht. Fuck, ich weiß das nicht mehr. Ähm. Stirb, Jude, stirb. Oh, ich geh durch, gut. Weißt du, wo wir alle da mal durchgesprungen sind und den Kerner an den Knopf gedrückt hatte? Ja. Ja, echt so sicher und nein. Aber jetzt haben wir die ganzen Soldaten nicht mit. Ja, nimm du die mit. Oh. Wieso bin ich mit dem One-Shot? Was hast du getan? Ich hab geschlagen. Ach, nicht die Scheiße. Für uns weiter nichts ist. Ah, die Jetpack-Farzen. Ging die Tür erst auf, wenn die alle tot waren? Ja, da kommen aber auch welche raus. Äh, echt jetzt? Ja. Oh, die halten ja echt wenig aus. Von oben kommen auch Wäsche. Ach, hier gab's ja diese komischen Minen. Ja. Ey, dem Spegat noch gar kein Jetpack, ne? Kommt man doch gar kein Jetpack fliegen. Ne. Ich bin down, ja. Ja, sieht man auch so richtig so in den anderen Halos so. Boah, hier kommen mega viele raus. Da das Jetpack war irgendwie schon voll ausgereift und hier springen sie einmal und das Benzin ist leer oder so, weißt du? Bist wieder da? Bist wieder da? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was hier oben war. Weißt du es noch? Alter, wieso ist die Treppe überhaupt schwarz? Diese zwei Stufen hier. Wieso? Ich hab nie gerallt. Tarnrüstung. Bin ich denn unsichtbar? Ja. Kommt man hier nicht auch mit nem Pellikum mitfliegen? Oh, ich bin unsichtbar. Nö. Doch wir müssen hier hinten... Klar, ich bin noch drauf. Drauf, irgendwo drauf. Aber wir müssen welche hinten irgendwo weiter hier unten. Ja, hier. Ja, genau. Hast du deinen unsichtbar jetzt schon gemacht? Jo. Oh. Okay. Ich kann mir ja Deins nehmen. Oder auch nicht. Ja. Hatten wir das nicht immer... Wofür hatten wir das benutzt? Ja. Für irgendeine Stelle hatten wir das doch immer benutzt. Nö. Nö. Ihr werdet die Beschützer der Erde und all ihrer Kolonie. Nervig zu stellen überhaupt, dann Kontaner am Labern össern. Mann! Nö. Nö. Doch hier hatte ich das nicht. Nö. Quatsch. Ne, nicht quatsch, ich schwör. Schwierer Lavas, Junge. Wegen dem ganzen Geschützen. hier sind drei vier geschütze oder so der sniper ich hab die voll vergessen ich bin tot ich schütt dir auch recht ja 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 oh sniper wieder im winzs was war das hier war ja der idiot mit dem ja sicher du hast dich ganz alleine da unten hier wäre es unsichtbar geil dann könnten wir hinrennen und den mit dem geschütz gleich sticken ich versuche den gemacht zu sticken wieso macht das schild du trottelbiss nein ich bin tot nehm den oddball mit und verkloppt sie alle kommst du mal wieder ja oh gott oh das hätte ich nicht machen dürfen ich bin tot hab den bist du da vorbeigekommen vorbeigelaufen oh man ich denke ich verlaufe ich mich hier die ganze Zeit ach da oben ist er noch ein geschütz was mit euch kaputt 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 die bombene ist scharfe webewachen den Augen die bombene ist scharfe wir müssen wegrennen nach unten und durch die Höhle ah war das jetzt mit den warthogs jungen nein das warthogs natürlich wir müssen doch gleich mit den warthog fahren in der nächsten mission nächste ja wir landen doch jetzt irgendwo unten dann brennt alles und da müssen wir mit den warthog dann weiter fahren ähm Okay, wenn du es sagst. Oh man, das ist schon heftig, das ist 3 Jahre her, dass ich die Story hier gespielt habe und voll viel vergessen bin. Schlimmer. Komm hier mit dem aufgeladenen Dingle. Ja du Penner, ich wollte gerade noch das Ding werfen. Natürlich praktisch, das ist genau der Mast, wo du zuhause einen Gegner vor dir hast. Ja. Wehe. Einer Penner. Oh, das ist immer so nervig, ne? Ja. Wir sind schon die Besten der Besten. Hast du mir gedacht, wa? Ja, wäre cool gewesen. Ja. Ja. Gibt es nur ein Problem. Du bist nicht cool. Ey. Wo war denn die Mission, wo man mit dem Warthog rumfährt? Oder war es bei Halo 2? Ne, es war hier. Oh Gott, du hast noch so reingeschafft. Du bist so egoistisch. Stimmt doch gar nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Wofür? Ja. Du guckst doch immer auf die Uhr, ich nicht? Ja, weiß nicht. Ich sehe die Zeit nicht. Acht Minuten läuft's. Du bist so fies, ne? Was? Ich bin so fies? Wie? Wie? Fass. Dieser Ort wird euer Grab sein. Oh. Was war das? Was denn? Du hast ja angeheuert, als würde dein Kontroll eigentlich runtergefallen. Ich wollte meinen Hund mit dem Fuß ärgern und bringe seinen Körfling herkommen. Guck mal, wie ich wieder alles alleine gemacht habe. Boah, du bist 15 Mal gestorben, Digga. Wo steht er denn? Du bist 15 Mal gestorben, Digga. Aber ich bin viel besser wie du, Alter. Ja, komm. Du willst sagen, du bist hier der Halo-Pro, Junge? Ja. Ich zieh dich ab, Junge. One and one, oder was? Mein Weg. Dann mach ich dich lang. Hm. 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 Was ist denn auf Snipedown, oder? Jawohl. Was ist passiert? Was ist passiert? Ey, das ist die Mission, wo wir mit Warthog fahren müssen. Ich bin gemeldet. Ja, ich schwöre. Guck, hier sind sie. Wenn sie laufen können, heißen sie wieder fertig. Aber hier wird leider schon wieder ein Cut gemacht, meine Freunde. Wir sind zusammen und dann nichts wie raus aus diesen Höhlen. Manu lasch da, ich will ihn nicht kaputt machen. Du bist voll fies. Wird gemacht. Habt ihr gar nichts getan. Okay Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Let's play, Eno 3, haut ihr ein.